Im KI Campus Hub geht es in der regionalen Zusammenarbeit darum, Wirkung zu entfalten mit unseren digitalen Ansätzen, die vor Ort Relevanz haben sollten. Deswegen wollen wir gerne insbesondere mit Akteuren zusammenarbeiten, die das nutzen, was wir mit vielen spannenden Partnern bereits entwickelt haben. Wir wollen gemeinsam mit Hochschulen, mit anderen Bildungsakteuren, mit Unternehmen spannenden digitalen Content entwickeln, der Relevanz für die Region hat. Und wir arbeiten mit Netzwerkpartnern zusammen, die im Bildungs- und Innovationsökosystem KI-Kompetenzen in die Breite bringen werden. Wir sind mit dem KI Campus an genau dem richtigen Ort. Es ist faszinierend zu beobachten, wie das EPI Ökosystem sich entwickelt. Wie Akteure, die neu hierher kommen, neue Impulse geben. Wie insbesondere auch die Hochschulen und Bildungsakteure, die IHKs, die Schule, die Politik gemeinsam einen unfassbaren Drive entwickeln, um die Region und Baden-Württemberg innovativ zu gestalten. Mein besonderes Highlight sind die Lernangebote, die wir mit unseren Partnern entwickeln, zum Beispiel zu KI im Handel, zu sozial orientierter künstlicher Intelligenz oder zu KI-Entscheidungsgrundlagen für Unternehmen. Es macht unfassbar viel Spaß, mit unseren Partnern vor Ort zusammenzuarbeiten. Die Vision des KI Campus ist bis 2030 mit über 100 Hochschulen in Europa zusammenzuarbeiten und der KI Campus Hub in Baden-Württemberg, in Heilbronn wird ein zentraler Ermöglicher davon sein. Wir arbeiten jetzt schon nicht nur mit Hochschulen in Heilbronn, sondern in ganz Baden-Württemberg zusammen. Wir strahlen aus in die Schweiz und meine Vision für das, was wir hier vor Ort in Heilbronn tun, ist, dass wir damit Wirkung haben, deutschlandweit und nach Europa.